Hallo. Hallo. Heute haben wir die Schaltzentrale mal hinters Haus verlegt. Ja, ein wunderschöner Flecken Erde hier. Genau, hier ist die Welt noch in Ordnung. Jo, was kam denn an? Grund dafür, einfach eine große Lieferung Schallplatten. Oh wow, wie viel sind das? Und vor allem, was ist das? Guckst du mal hier, ganz toll, die neue Klasse Kriminale. Ganz brandneues super Album. Endlich mal gute Nachrichten aus Italien. Kommt in einem schönen Outwork mit großem ausführlichen Booklet daher. Schön Tattoos drauf. Das Wichtige ist, die Texte sind in Italienisch, aber auch in Englisch. Das ist gut, weil Italienisch können ja so gut wie die wenigsten hier. Gut, schönes Ding. Ja, jetzt schaue ich mal. Selber bin ganz gespannt. Und? Wow. Viel besser als gedacht. Gesprenkeltes haben wir gemacht. Vinylgelb gesprenkelt mit Rot und Schwarz. 400 Stück gibt es davon und 100 in limitiertem Schwarz noch. Cool, gut. Echt selber richtig schön. Okay. Und wo kommen die jetzt hin? Die packe ich jetzt in www.randale-shop.de. Ja, ja, okay. Genau, könnt ihr alle bestellen. Gut, ich meinte ja auch eher die Kartons. Die solltet hier bitte ins Haus. Ich hoffe, die trägt jetzt irgendjemand rein. Der, wo die da reintragen muss und wo die viele Stufe laufen muss, der sieht bestimmt sehr knackig aus, oder? Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Album. Gruß nach Italien. Bis bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.